Hallo meine Lieben, heute habe ich ein neues Video für euch und heute habe ich endlich mal wieder ein Favoriten-Video für euch. Und zwar geht es um meine Mein-Favoriten. Ich habe so lange kein Favoriten-Video mehr gedreht. Dabei habe ich so viele Dinge, die ich wirklich toll finde und euch nie vorstellen kann, so wirklich, weil sich die Gelegenheit dazu nicht bietet, außer eben deinem Favoriten-Video. Aber ich wollte euch erst noch ganz, 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 ganz herzlich danken dafür, dass wir 20.000 Abonnenten auf YouTube sind. Und 20.000, das ist so krass. Ich weiß noch, wie ich vor nicht allzu langer Zeit da saß und mich über 2.000 gefreut habe. Jetzt hängt da einfach noch eine Null mehr dran. Und ihr solltet nur wissen, dass ich mich wirklich über jeden Abonnenten freue. Also ich sage das nicht nur so, es ist tatsächlich so und ich bin außer mir gewesen, als ich die 20.000 geknackt habe. Es kommt auch noch eine Verlosung auf Instagram online und ich wünsche euch jetzt aber erst mal ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe, das geht alles so mit der Sonne. Die macht mal wieder, was sie will. Aber wir sollten uns jetzt eigentlich alle bei der Sonne freuen. Sie hat sich ja ordentlich Zeit gelassen. Ich beginne mit einem Produkt, wonach ihr immer fragt, wenn ich das trage. Und zwar ist das dieser Lip Gloss von NYX. Das ist die Farbe 02 Embalagement und das ist so ein braun-rosa Ton. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ton. Ich trage den jetzt nicht nur in diesem Monat, ich trage den jetzt bestimmt schon seit vier Monaten sehr, sehr regelmäßig. Also ich finde diese Farbe auch wirklich toll. Dadurch, dass es ein Nude-Ton ist, passt er immer, finde ich. Also ob jetzt in diesem Monat, in den nächsten. Das ist einfach eine Farbe, die man immer tragen kann. Er wirkt matt auf den Lippen und trocknet eher langsam. Also ihr solltet schon euch ein paar Minuten Zeit nehmen dafür und nicht gleich danach wieder was trinken oder so. Aber ansonsten hält er so krass gut, wirklich. Das ist erstens eine tolle Farbe mit einer super Haltbarkeit und einfach einem sehr, sehr schönen Effekt. Dann hat sich diesen Monat bei mir vor allem diese Mascara von Clinique bewiesen. Und zwar ist das die Chubby Lash Mascara. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das eine kleinere Größe davon ist. Also ob es die auch größer verpackt gibt. Aber ich finde sie richtig toll. Ich habe sie zu Ostern geschenkt bekommen. Das Köpfchen, Bürstchen ist glaube ich keine oder doch. Ist eine Gummibürste, ja. Und ich finde, die verlängert die Wimpern wirklich richtig toll. Sie definiert sie richtig schön. Sie bringt ein bisschen Volumen rein. Also alles, was man haben möchte. Ich trage sie auch gerade auf den Wimpern. Finde sie alles in allem wirklich super. Vielleicht würde ich es wirklich noch ein bisschen besser finden, wenn der Hals sozusagen länger wäre, um ordentlicher zu tuschen. Aber kann eben sein, dass es die auch größer gibt. Und dann werde ich mir die vielleicht auch nochmal in einer größeren Variante anschauen. Außerdem bin ich diesen Monat wieder auf den Geschmack dieser kleinen Swissopar Haarkuren gekommen. Das ist jetzt die Arganöl Haarkur. Ich habe letztens die Kirschblüten Haarkur aufprobiert und wieder benutzt. Ich finde, die riechen einfach sehr, sehr gut. Nicht zu stark. Wirklich sehr angenehm ins Haar einzuarbeiten. Die Konsistenz gefällt mir. Man muss sie nicht lange einwirken lassen. Und die Haare fühlen sich super danach an. Die wurde mir bis jetzt auch immer von meinen Friseuren empfohlen. Also es scheint erstmal eine tolle Marke zu sein und einfach eine tolle Haarkur. Und ja, kann ich diesen Monat wieder nur empfehlen. Außerdem bin ich seit letztem Monat auch so ein Fan von dem Online-Shop Sassy Classy. Ich habe ja mit denen letzten Monat zusammengearbeitet. War so begeistert einfach von deren Sachen. Also schon alleine dadurch, dass die Passform wirklich perfekt war. Ich konnte mir einfach meine Größe bestellen. Und es hat alles super gesessen. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich euch sagen kann, dass ich mit denen jetzt langfristig zusammenarbeiten werde. Also ich werde euch immer mal wieder Rabattcodes dafür geben können. Euch zeigen können, was ich so für Produkte oder Sachen mir ausgesucht habe. Ich zeige euch jetzt auch mal wieder was, was ich mir diesen Monat ausgesucht habe. Richtig, richtig schön. Zum einen diese Tasche hier. Das ist eine Metallic Shopper Tasche. Also eine Metallic Shopper, glaube ich sagt man nun. Das ist so ein Silberton. Richtig toll. Die hat zwar keinen Reißverschluss, aber lange Henkel. Und innen drin ist auch nochmal eine Tasche, wo man einen Reißverschluss hat. Also wo man auch wichtige Sachen verstauen kann. Benutze ich jetzt für die Uni. Dann habe ich mir auch noch diese kleine Tasche ausgesucht. Das ist die Velvet Puder Rosa Tasche oder so. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Eine richtig tolle Tasche. Also von der bin ich auch so, so fasziniert. Die hat eine perfekte Größe, um einfach mal alles Wichtige mitzunehmen. Mein großes Portemonnaie passt trotzdem noch rein. Also super, wirklich tolle Qualität auch. Außerdem habe ich mir noch das T-Shirt, was ich gerade trage, ausgesucht. Das ist so ein Pailletten-T-Shirt. Einfach ganz weiß, ein bisschen oversized. Und ja, sitzt gut. Der Stoff fühlt sich toll an. Und dann außerdem noch zwei weitere Blusen. Einmal diese hier. Das ist eine One-Shoulder-Bluse. Also die geht nur über eine Schulter. Blau, gestreift, kleine Kügelchen hier dran. Sitzt auch super. Und dann auch noch so eine wunderschöne babyblaue Bluse mit Trägern, einzelnen Ärmeln sozusagen. Also es geht nicht so über. Es rutscht nicht alles hoch. Das mag ich bei so Carmen-Blusen nicht so gerne. Deshalb finde ich das gut, dass so alles sitzt und da bleibt, wo es sein soll. Ich sage euch wirklich, ich bin so, so zufrieden mit diesem Online-Shop. Und wie gesagt, ihr werdet jetzt immer mal Rabattcodes von mir bekommen. Ich blende euch auch einen ein. Ein absoluter Favorit aus diesem Monat und bestimmt auch aus ganz vielen weiteren Monaten. Außerdem hat auch das Körperspray von Zoella mich diesen Monat einfach total überzeugt. Oder generell auch schon letzten Monat. Das ist das Körperspray Sweet Inspirations. Also es riecht nach Macarons. Ein sehr, sehr süßer Duft. Ich finde, der ist aber wirklich auch schön für den Sommer. Er riecht einfach süß und trotzdem frisch. Ich finde auch, dass man ihn sehr, sehr lange riecht. Also es ist zwar ein Körperspray, aber hat fast die Intensität eines Parfüms. Ich habe es auch schon, naja, fast ein Drittel, ein Viertel vielleicht aufgebraucht. Dann muss ich euch mal Süßigkeiten in die Kamera halten. Denn diese coolen Gummibärchen wollte ich euch schon ewig mal zeigen. Das sind Gummibärchen von Hitchler. Die heißen Drachenzungen, bunte Drachenzungen. Und das sind so saure Fruchtgummischlammen sozusagen. Also gibt es mit Kirschen, Pfirsich und Apfel und Erdbeere. Sind halt sauer und 100% vegan. Ich liebe die. Also Willi und ich essen die eigentlich nur noch. Wer saure Gummibärchen von euch mag, der sollte die unbedingt mal probieren. Dann kann ich euch auch noch etwas sehr Cooles zeigen. Und zwar ist das das hier. Hm, was ist das? Ich zeige es euch. Und zwar ist das ein Make-Up Silikonschwamm. Und den durfte ich auch freundlicherweise testen. Also der wurde mir zugeschickt. Und ich dachte so, ja, also den wollte ich wirklich schon lange mal testen. Ich habe zwar schon viel erwartet, dachte aber, bei mir funktioniert das eh immer nicht so ganz wie bei allen anderen. Aber ich sage euch, ich zeige das jetzt nicht, weil ich es zeigen muss. Das ist auch mit den Tessi-Classy-Sachen genauso. Dieser Schwamm ist wirklich eine Foundation-Auftrage-Bereicherung, die ich mir nicht mehr wegdenken möchte. Ich habe davon auch zwei Exemplare zugeschickt bekommen. Ich dachte eigentlich, eins verlose ich euch. Aber ich habe Angst, dass meiner, den ich gerade in Verwendung habe, zu schnell irgendwie aufgebraucht wird oder so. Und ich dann keinen mehr habe. Deshalb werde ich jetzt doch beide behalten. Es tut mir leid. Die sind aber auch wirklich nicht teuer. Gibt es auf Amazon zu kaufen für 6,95 Euro. Und ich sage euch jetzt mal, das Make-Up lässt sich so gut einarbeiten. Es lässt sich gut verteilen. Es verschluckt einfach kaum Produkt. Also dieser Make-Up-Schwamm, der kann ja nicht viel aufnehmen. Der verteilt es wirklich in eurem Gesicht. Und außerdem ist es einfach viel hygienischer als so ein Beauty-Blender. Man kann es gut abwaschen. Ich bin wirklich total begeistert von dem Ergebnis. Finde die Einarbeitung damit einfach super. Deshalb kann ich euch das nur empfehlen. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch meine Make-Up-Revolution-Palette vorstellen. Die ich jetzt auch schon wirklich seit 5 Monaten jeden Tag verwende. Wirklich ungelogen jeden Tag. Dementsprechend sieht sie auch aus. Also die eine Farbe hier ist schon fast leer. Und die anderen Farben benutze ich immer mal so unterschiedlich. Deshalb halten die natürlich auch länger. Und die sind super pigmentiert. Also für den Preis kann man überhaupt nichts falsch machen. Weil man sie so gut verblenden kann. Sie so gut pigmentiert sind. Und wirklich lange halten. Ein absoluter Favorit von mir. So meine Lieben. Und das war es dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und sage Tschüss.